Die Zusammenarbeit der Kollegen und auch der Bewohner finde ich momentan als sehr angenehm. Manchmal ist es so, dass die Bewohner teilweise unruhig werden. Man führt sehr viele Gespräche mit denen, man beruhigt die. Ja, auch einige Bewohner, die noch orientiert sind, haben auch viel Verständnis dafür, dass ihre Angehörigen zurzeit nicht so oft kommen. Auch von den Angehörigen bekommen wir oft ein Lob und auch Anerkennung, dass wir das toll machen, dass wir unseren Job super machen und trotz der ganzen Einschränkungen zurzeit sind wir im Team auf jeden Fall alle für euch da. Wir rocken unseren Job und wir sind trotzdem noch guter Stimmung und wir schaffen das. Wir kommen da wieder heile raus und freuen uns, wenn die Einschränkungen wieder vorüber sind, euch alle herzlich willkommen zu heißen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017